Rick! Sieht mal alle her, da ist Rick! Ah, wegen deinen Leuten verliere ich wegen dem Geschrei noch meine Stimme. Rick, wie das mit einem Dankeschön. Ich meine, sieh mal. Ich weiß, unsere Beziehung fing damit an, als ich die heilige Scheiße aus deinen Freunden rausgeprügelt habe. Und genau darum werden wir nie zusammensitzen und uns gegenseitig die Haare flechten oder unsere dunkelsten Geheimnisse teilen. Aber wie wäre es mit etwas Dankbarkeit? Ich mache mich für dich krumm, um dir zu zeigen, wie vernünftig ich inzwischen geworden bin. Dein Junge hat sich in einem meiner Trucks versteckt und mit einer Maschinenpistole zwei meiner Männer umgelegt. Und ich habe ihn gesund und munter nach Haus gebracht und ihm Spaghetti gemacht. Also in Westerland-Nadelie hat sich in einem